Hallo meine lieben Panzerfreunde da draußen und herzlich willkommen hier zurück zur letzten Folge des Way2Tier10 mit den Italienern und heute wieder dabei der liebe O'Hare. Hi! Hallöchen, guten Tag! So, wir sind gerade eben jetzt wahrscheinlich auf dem Heimweg oder sind schon gerade eben jetzt zu Hause angekommen von der Gamescom, aber das hier haben wir davor noch aufgenommen, haben damit auch den Way2Tier10 abgeschlossen. Ihr seht mich jetzt hier auf dem Dingenskirchens, auf dem Presseaccount, der mir von Wargaming zur Verfügung gestellt worden ist, weil ich es zeitlich nicht mehr geschafft habe, den 10er freizuschalten, aber ich kann den natürlich auch hier spielen. Ihr seht, ich habe hier eine total übertriebene Crew gehabt, die habe ich extra runtergesetzt, dass es auch nur noch eine 3-Perk-Crew ist, also hier auf diesem Presseaccount gibt es total übertriebene 13-Perk-Leutchen, aber damit die Leute nicht sagen, ja, aber 13-Perk-Crew sind total übertrieben, habe ich die halt auf 3 runterdegradiert, wie man jetzt hier gerade eben sehen kann. Da sind jetzt hier nur noch die 3 drauf, die ich da normalerweise auch auf so einem Fahrzeug draufklatschen würde. O'Hare, du hast schon mal ein bisschen geguckt, was kann denn der 10er? Er hat eine Granate mehr, die Kanone ist ein Ticken genauer und sie zielt ein bisschen schneller ein. Ansonsten ist er im Prinzip identisch, was den Alpha und die Penetrationswerte angeht. Natürlich, die Nachladezeit ist nochmal ein bisschen unterschiedlich, das sehen wir ja hier, einfach aufgrund dessen, dass er halt 4 Granaten hat. Und auch bei dem, oder beziehungsweise bei dem vielleicht sogar noch mehr, sollte man darauf achten, dass man sich die letzte Granate wirklich für den Notfall aufhebt. Oder wenn man wirklich weiß, ich bürste jetzt Damage auf dem Fahrzeug raus und nehme das damit auch raus. Denn wenn ihr wirklich alle 4 Granaten wegballert, dann steht ihr doch eine ganze Weile im Reload da und versaut euch die DPM. Bis zu 52 Sekunden. Ja, und das ist, also die Italiener, ich habe das ja letztens schon mal gesagt, sollte man nicht als reiner Autoloader spielen. Denn damit verschlechtert sich die DPM wirklich enorm. Man muss halt immer gucken, dass man so eine Mischung aus Einzelschuss und Autoloader macht und halt die letzte Granate wirklich nur nutzt, wenn man jetzt weiß, ich kann jetzt hier sicher Schaden farmen. Und das bringt mir jetzt auf jeden Fall gerade viel. Ja, richtig. Wenn man sich mal überlegt, ich habe das extra kurz mal ausgerechnet, diese 52 Sekunden, die du halt hast, wenn du dich komplett entleerst, das ist halt deutlich länger, als zum Beispiel jetzt so ein französischer Medium-Panzer mit einer ähnlichen Kanone machen würde. Ja, die Batchett, ne? Ich meine, die Batchett, wie viele Granaten? Fünf? Fünf hat einen 390er Alpha und hat, glaube ich, auch so 50 Sekunden Nachladezeit, ne? Also das ist, da merkst du halt einfach, dass das hier wirklich eigentlich, die letzten zwei Granaten sind eigentlich Notfallgranaten, könnte man sagen. Wenn du halt sagst, den nehme ich jetzt raus, der muss raus. Ja. Ansonsten sollte man nur, weil jetzt jemand da quasi offen ist ohne Not, da nicht wie blöde ballern. Was auch anders ist, er hat einen Grad Gun Depression weniger. Das finde ich ein bisschen so ein Wermutstropfen, aber wir müssen mal schauen, wie sehr sich das Ganze auskommt. Der hat einen Rad 10, der andere hat 10. Schau, wer der 10? Ja, der hat 10. Ja, aber kann ich mit leben. Und die DPM ist besser, wir haben fast 300 mehr DPM. Mal gucken, wie sich das aussieht. Also ich steige jetzt gerade eben wirklich tatsächlich zum ersten Mal in den Brogetto 65 ein. Geht gut los hier gleich mal mit Nebelburg. Das ist leider eingestellt hier standardmäßig auf den Press-Account. Ja, auf den Press-Account ist alles eingestellt. Da ist auch Begegnungsgefecht und Angriff und Verteidigung eingestellt. Ich sollte dir vielleicht den Lead nach diesem Gefecht geben. Was hältst du davon? Wenn du das nicht spielen willst, von mir aus. Aber ich habe bei mir mittlerweile auch wieder die Begegnungsgefechte aktiviert. Ach so, nee, dann ist okay. Aber halt nicht Angriff und Verteidigung. Und auch nicht die Großgefechte, die habe ich glaube ich wieder deaktiviert. Ich muss auch zugeben, dass ich gar nicht sicher bin, ob ich nach 1.0 noch mal auf den Großgefechtskarten war. Das kann sein, ich bin mir nicht sicher. Ich fahre jetzt hier wahrscheinlich in der sehr, sehr riskanten Kurs. Aber ich fahre jetzt hier mal ran an die Stelle. Ich bin die schon so lange nicht mehr gefahren. Ich weiß gar nicht, warum man sich... Genau, wie ist denn die Meta nochmal, ne? Na die Meta grob kriege ich hin, aber dadurch, dass das ja nun 1.0 jetzt hier ist mit den Maps, haben sich ja auch die... Also einfach das Aussehen auch ein bisschen verändert. Und ich muss jetzt erstmal gucken, wo man hier stehen kann und wo nicht. Oh Gott, unsere Badget hat gerade eben schon gefressen. Ups. Sorry. Ich habe den gar nicht gesehen, muss ich zugeben. Hast du einen eigenen angeschossen? Nein, geschoben. Achso. Ich bin da gefahren, die Grille ist von mir stehen geblieben und ich habe sie gar nicht gesehen. Ich bin offen. Bin tatsächlich offen. Au, erster Treffer, Amorek. Ja, das... Pfff. Ich bin schon so gut wie Toto, ja. Was? Ja, ich habe zwei Treffer kassiert und es ist eigentlich schon rum ums Eck um mich jetzt hier. Ich kann jetzt schon wieder schön wagen. Das steht ja schon 268,4. Oh Mann ey. Ja, lol. Ich baue es an meinem Gegenpart. Ja, da war auch ein... Wo du gerade im Objekt 268,4 angesprochen hattest. So, jetzt habe ich mich gerade komplett leer gemacht auf den gegnerischen Prochetto. Ich habe also jetzt wirklich die kompletten Reload-Zeit. Das dauert jetzt eine Weile. Das hat man unter Umständen auch fast übertrieben lange, ne? Hm, T100. Oh, na. War das der LV oder was? Hm. Ach ja, aus der eigenen Basis haben wir noch einen. Nice. Schöner Hit. Was ich gerade im Blus ziemlich krass fand, in diesem komischen Zauberwald da drüben, ne? Also, das war ein Prochetto, 65, genauso wie ich. Der ging erst beim Schießen auf. Genau der da. Der hat mich gespottet. Ja, der Killshot bounced natürlich. Und ich muss mich jetzt wieder komplett auf ihn leer machen. Der ging erst auf, nachdem er auf mich geschossen hat. Ich hatte keine Chance, den irgendwie voll zu finden. Ich muss mich jetzt hier mal zurückziehen, weil die sind da schon hart auf die... Da steht... Obwohl, der jagt eh. Da steht, glaube ich, so, dass der mich noch nicht spotten kann. Ja, der jagt konzentriert wurde. Auf jeden Fall haben wir gerade schon mal eine geschluckt von der Artie. Kriegt ihr den aus der Mitte raus? Ich weiß es nicht. Ich bin ja tot. Ach, ich bin schon tot. Wie gesagt, Objekt 268-4 hat mir den finalen Stoß versetzt. Da ist der Kollege. Komme ich auf den ran? Nee, da ist ein Stein im Weg. An den komme ich gar nicht. Das ist super. Oh, oh fuck. Ich habe was gespottet. Au. Boah. Was, das bounced? Ja, das war eine Heat. Ist eine Kette gegangen. STB1 ist da auch noch. Ich weiß nicht, wo der T57 mit der Heat getroffen hat. Aber da habe ich ein bisschen Glück gehabt. Okay, also davor fahren ist dumm. Wir sind da und da machst du halt einfach gar nichts. Ah, die gegnerische Art, die hält hier schön rein auf die Heavis. Da hat er nichts gespottet. Jetzt kommt der nächste, der Proxy herangefahren. Echt, ich verleg mich mal. Das bringt jetzt hier gar nichts. Hm. Ja, ist aber auch so eine typische Map hier, weißt du. Ist halt Camping ohne Ende. Und die Seite, wo halt einer rausgeht, so wie ich dann halt, hat halt schon mal echtes Nachsehen. Du siehst jetzt halt auch schon, ne? Wir haben jetzt schon 14% weniger als der Gegner. Guck mal auf die Hit. Ja, krass. Also das Ding ist eigentlich jetzt schon gegessen. Das ist schon vorbei, ja? Das ist vorbei. Die Map fand ich eigentlich immer noch mit dem Stritzwagen 103b geil. Ja, wenn du halt, das ist halt perfekt für ihn, weil der ist ja so ein Camperfahrzeug, weißt du. Also für Camper haben wir, glaube ich, echt ihre Freude. Na, ich hab da gerade eine Outline gehabt noch. Ein Problem ist halt echt auf der Map, ich fahr die halt einfach so selten, weil ich sie ja auch deaktiviert habe, dass ich halt überhaupt nicht mehr weiß, wie weit ich da in diesem Wald fahren darf. Manche werden wahrscheinlich jetzt auch sagen, du fährst da gar nicht rein. Und wahrscheinlich stimmt es auch. Egal, wo du hinfährst, das Leben wird nicht geiler. Nee, man muss jetzt gucken, dass man irgendwie die Basis noch verteidigt kriegt. 27, 42% der Hitpoints. 12 zu 17. 5 Fahrzeuge mehr. Und wir sind schon an dem Punkt, dass man schon fast sagen kann, die Hälfte von dem, was üblich ist, ist Artie. So, das habe ich wieder komplett leer gemacht. Ja, das heißt, du bist jetzt hier erstmal wieder 52 Sekunden wieder los. Ja. Aber es ist trotzdem 18, 34% des Gefechtes gelaufen. Doch, das ist das scheiß Objekt, da schieße ich nicht drauf. Das müsste halt die Seite zeigen, ne? Tut's nicht, tut's nicht. Die Artie durfte es getroffen haben. Oh, jetzt kommt von da hinten der T110E3. Der ist leider wieder zugegangen, der Moment, wo ich ihn gesehen habe. Mhm. Eigentlich ist es jetzt total dumm, hier vorzufahren. Oh, fuck it. Ja, bin ich offen. Niemand mehr, der mehr zu diesen. Nö, du hast da keine Hilfe mehr. Du wirst jetzt von allen Seiten jetzt hier beschossen werden. Ja, irgendjemand hat mir noch gegen den E550 geholfen. Das war die Artie. Aber die gegnerische Art, die schläft ja auch nicht. Du bist jetzt einer von... Ja, du bist der letzte reguläre Panzer, ne? Ja, echt super. Wir haben noch einen TD da. Ja, okay, den habe ich von der Farbe nicht richtig gesehen. Ja, die trifft halt auch einfach jeden verschissenen Schuss, die Artie, ne? Ja, die haben noch so viel gekriegt. Mhm. Ja, die haben noch so viel gekriegt. Ja, die haben noch so viel gekriegt. Ja, die haben noch so viel gekriegt. Ja, das müssen wir machen. Elfinita, sagt er. Da machst du einfach nichts mehr bei so vielen Gegnern. Da kannst du nur noch gucken, dass du ein paar Granaten raushaust. Und das war's am Ende. Mhm. Dies war's painst. 17 zu 30 ist aber auch ziemlich eindeutig. Ja, ist eine Klatsche, ja. Ich gebe dir dann mal den Lead. Ja. Da muss ich da nichts einstellen. Also mit 4000 Damage Platz 2 im Schaden zu sein, ähm, aber dann groß gefälscht, das ist schon interessant, wobei der Gegner auch nicht, der guckt immer an den E3 vom Gegner an, der hat auch noch 4,2 Damage, das ist echt krass. Sieben, es haben auch sieben Leute inklusive mehr auf unserer Seite 0 Schaden gemacht, ne? Okay. Dann geht es mal weiter. Tadaaa. Job, tja. Jetzt verkackt man euch das wahrscheinlich. Oh, 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 er hat schon Pipi in die Augen, ne? Ich muss das Rot im Kalender anzeichen, ich wusste gar nicht, wenn ich das letzte Mal so eine Runde gesehen habe. Ja, das ist einfach typisch, das fährt man vor, ist einfach viel zu aufgeregt, dass es endlich mal passiert und stirbt dann sofort als Erster. Das ist aber auch das Feedback, was ich ganz oft von Zuschauern bekomme, dass wenn du dann mal diese Top-Tier-Runde hast, auf die du Ewigkeiten hinhoffst, dass du dann einfach so hyper-aggressiv bist, weil du es einfach gar nicht mehr gewohnt bist, dass du als Erster oder als Zweiter rausgehst oder so. Ja, richtig, geht mir aber ehrlich, das ist ja ganz genauso. Du musst super diszipliniert spielen in solchen Situationen. Aber das Problem ist, es ist schwierig, weil du beobachtest das auf der Gegnerseite bei den Top-Tier-Fahrzeugen ja auch. Die spielen ja genauso aggressiv. Und das heißt, deine eigene Vorsicht bringt manchmal gar nichts, weil der Gegner kommt zu dir. So eine Art hier. So, gucken wir mal. Das ist nämlich jetzt ernsthaft an, der Broghetto? Ja, weil der auch noch gucken will. Ja, ja. Bounce, ja. Ja, bounce ja auch. Oh, shit, die, die, die du. Ich fahr mal anders. Boah, bin leer, komm seitlich vom Petten nicht durch. Das ist echt wieder mal lächerlich. Ich hab einen Schuss in ihr sieben bekommen. Ich hab selbst ins gewinkelte Kettenrad kein Damage gemacht. Ah, sie hätten mir eine geknallt. Ja, okay. Aber ich hatte Glück, ich hab wenig Schaden genommen. Viel weniger, als ich gedacht hätte. Aber das krasse finde ich, guck mal, aber das ist das, was ich meine. Der E7 ist jetzt auch schon auf der Gegnerseite so mega aggressiv durch. Kommt wieder nicht durch. Was hat denn dieser Petten für eine Panzerung, ey? Ich geh mal ein Reload, ne? Also, ich muss... Die letzte Granate muss ich jetzt nicht auch noch irgendwie versenken. Also, ich hab schon ein paar Schüsse abgegeben, zweimal Schaden gemacht, ne? Ich auch zweimal Damage, ja. Der E7 könnte mal von der Art hier rausgepusht werden. Ja, die Art, die hat schon ein paar Mal auf den geschossen, aber... Mist. Petten kann ich nicht durch, Tom-Treffer. Der steht. Ah, es fährt ihm in... Der fährt mir in den Weg, der Typ. Ich bounce am... Der Unterwander vom Carnarvon. Aber was ist denn das hier schon wieder? Ich wusste nicht, dass ich da... Oh, ich hab ihn nicht mal getroffen, grad eben, den Carnarvon. Ich wusste nicht, dass ich den Petten da so durchschlage für den Turm. Ach, diese Artie. Ja, ja, das dauert so. Wie ich einfach nichts treffe. Das ist so unglaublich. So ein 0,3er-Geschütz, ne? Warum sollte man auch was treffen damit? Wer blockt mich denn hier? So, den komplett leer wieder. Ich bin komplett voll, aber ich hab keine Ziele. Der Artie hat geschossen. So. Das ist der Kerner, man will. Da wollen wir nicht hinfahren. Oh Gott, das weiß ich. Ich warte jetzt mal, bis ich zugehe. Dann fahr ich die von hinten an. Oh, fuck. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Weißt du, die kommen in dem Augenblick hoch. Und ich kassier einen aus der Hölle. Wahnsinn. Shit. Boah, das ist ja unglaublich. Was macht denn die Art? Hier hat die geschossen, weißt du das zufälligerweise? Äh, die hat ja auf mich geschossen. Das kann ich dir auf jeden Fall schon mal sagen. Aber das ist auch schon eine Weile her. Oh Mann. Jetzt komm ich wieder auf diesen Progetto und nicht drauf. Der Löw ist wieder hold down. Das ist echt ärgerlich. So, der ist ja abgehauen. Ich hab's auf den Progetto ein bisschen Support bekommen. Äh, wie steht denn der da unten? Oh, fuck, mal leid. Das darf nicht wahr sein. Loil. Ich komm an der... Ich komm an den Löwe hold down durch. Was hab ich denn da für einen Luckshot gelandet? Boah. Oh, oh. Oh, oh. Ich komme. FV nimmt mich raus. Die Artie nimmt mich raus. Oh Mann. Ja, also die Artie, die hat sich schon zur Aufgabe gemacht, mich jetzt hier zu fokusen. Würde ich mal echt behaupten. Also, ich würde behaupten, die hat fast auf nichts anderes geschossen als auf mich. Mhm. Ich glaub, die hat mich viermal getroffen oder so in dieser Schlacht. Oh, fermi. So, was kannst du noch machen? Oh, fuck. Ja. Den hast du ja auch übersehen, ne? Na, war der dort schon mal offen? Ich weiß es nicht. Nee, der war dort noch nicht offen. Wieso steht ein T28 dort, bitteschön? Aber dieser Kernawan... Ich schieße ihm... Also, einmal treffe ich seine Unterwanne nicht. Und einmal komme ich dort nicht durch. Ich bounce an seiner Unterwanne. Wie, bitte? Ich hab seine Unterwanne nicht getroffen gehabt einmal, obwohl ich mir das auch nicht erklären kann. Und im Gegenzug schieße ich einem Löwe, der Holddown steht neben der Kanone durch den Turm? Bitte? Du, ich hab dasselbe mit dem Petten. Ich hab das mit dem Zehnerpetten gemacht. Ja, auf den Petten hab ich drei oder viermal geschossen und nicht einmal Damage gemacht auf den. Ich bin dann... Ich hab nur seinen Turm gesehen, hab kurz mal so links neben die Kanone gezielt, hab geschossen und der war weg. Nö. Hat mich auch gewundert. Eigentlich sollte das nicht passieren, meiner Meinung nach. Komische Sachen in dieser Runde hier. Mhm. Aber mehr auch nicht. Wir gewinnen. Deutlich sogar. Ich fand's halt auch so krass, wie aggressiv die da noch hochgepusht sind, wo ich dann raufgegangen bin. Also ich mein, das machst du normalerweise nicht, wenn du schon so dermaßen hinten dran bist. Mhm. Das ist ja Quatsch eigentlich. Aber wahrscheinlich haben die versucht, für die Arti aufzuklären. Wobei ich das irgendwie nicht glaube. Dann wären die ja nicht dabei draufgegangen. Zirp, zirp. Ja, zumal wenn der wirklicher T28 schon die ganze Zeit da hinten mit steht, warum, ähm, lassen sie die nicht einfach kommen? Keine Ahnung. Na komm, dann. Auf ein neues. Hm, ein Zehnergefecht. Das ist jetzt die Retourkutsche, die wir für das Toptiergefecht bekommen haben. Ja, ich überlege gerade, wo ich hin will. Sehr viele TDs. Ein Scout. Ach, da rüber Objekt? Näh. Ach so, der Asti. Ich fahr da nicht. Ich fahr auf jeden Fall nach rechts. Ich fahr auf die Insel auf E1. Mal gucken. Richtig, da fahr ich auch hin. Wobei, du musst aufpassen, wenn die einen Gegner irgendwo hier stehen haben, der spottet dich da automatisch. Ist echt eklig da. Ja, das ist richtig, aber du kannst dich ja trotzdem da so ein bisschen tiefer stellen. Ja, ja, du kannst da, du kannst dich zurückziehen. Auf jeden Fall, dass du nicht permanent beschossen werden kannst. Also du hast eine harte Deckung. Man kann ja auch hier stehen. Guck mal, man kann hypothetisch gesehen auch hier stehen. Ja, aber da hast du keine harte Deckung. Wenn du da aufgehst, kriegst du auf jeden Fall die Fresse voll. Jo. So, ich fahr jetzt an den Buschhörern. So, ich bin jetzt geladen und entsichert und sehe nichts. Da warte noch mal, was passiert. Also bis zur TD-Camperei hinten spottest du hier nicht. Die müssen also irgendwie kommen. Beziehungsweise du brauchst eigentlich jemanden, der an die Häuser ran fährt. Nur, naja, ist halt, dass es gewagt. Definitiv. Oh, es kommen schon Blindschüsse. Es sind auch eine ganze Menge Fahrzeuge hier. Das Objekt fährt jetzt spoten, das ist gut. Und der... Oh, warte mal, da, 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 da. Ich war offen. Ich nicht. Grille ist in dem Augenblick gerade eben wieder verschwunden. Ach nee, die sind einfach noch weiter nach hinten gefahren. Aber ich habe ihn getrackt gehabt kurz, aber leider hat keiner außer mir dann nochmal nachgeschossen. Oh, der E4 aufs Objekt Type 5. Ja, da komme ich nicht durch. Die Maus. Da kämpft eine Maus. Lol. Momente des Wahnsinns. Also jetzt mal ernsthaft. Eine Maus. Auf den FV komme ich nicht. Kommst du auf den FV? Ich komme drauf, aber... Achtung, sag Bescheid, wenn ich den Weg fahre. Ja, das ist gerade passiert. Wollen wir mal, da kommt es wieder der raus. Ne, Type komme ich so nicht durch. Ne, hast du keine Chance, den müssen wir nicht hinladen. Na ja, Auto, du triffst halt diese Stellen an der Frontwanne, die gewinkelt sind. Die sind ja dann quasi gerade in dem Moment, wenn da so leicht zu dir steht. Ja, ja, aber ich habe danach gesucht und nichts... Da hast du die Maus. Oh, die Maus. Oh, die ist zu nah. Komm nicht durch, ich treffe die Unterwanne nicht. Einmal habe ich sie getroffen. Ich lade zieht. Ja, mache ich jetzt auch. Habe ich eigentlich mit den Italienern weitgehend vermieden gehabt. Oh, oh, guck mal, was da kommt. Scout. Schön. Kommt nicht durch. Tatsache, ich auch nicht. Wie viel hat denn der mit Sie? Der hat doch gar nicht so wenig. 33. Ja, ja. Das müsste eigentlich reichen. Wow. Irgendwas hat gerade den Typ 5 schwer hart getroffen. Kann ich schon sagen. Das habe ich halt die lange Nachladezeit. Ja, ich auch. Das ist das Problem. Und der Scout ist jetzt an uns dran. Guck mal, wie nah der ist. Ja, aber der ist noch unten, da passiert nichts. Kriegst du die Maus? Die haben alle nochmal aufgemacht. Krab die Maus. Ei, ei, ei. Das Problem ist halt jetzt echt der Scout. Der Reload. Naja, der Reload ist mir gerade hier. Kommt mir gerade in die Quere. Ja, ich spotte das jetzt halt. Die Tarnung ist gut auf dem Ding. Ah, shit. Der zweite Schuss war ein kritischer Treffer. Natürlich der Killshot. Ich brauche jetzt gerade echt zu lange. Ich müsste eigentlich jetzt mal einmal komplett reloaden. Ich habe die nochmal gespottet. Ich halte es jetzt mal offen. Ja, jetzt kommt der E4 uns extrem nahe. Das ist ein Problem. Abhauen, oh Herr, abhauen. Der drückt auf uns drauf. Ja, wir haben Support von dem I. Der ist raus. Okay. So, jetzt bin ich auch wieder komplett nachgeladen. Bin jetzt trotzdem hinten. Guck mal, jetzt kommt nämlich der Scout hoch. Aber der geht raus. So, jetzt ist nur noch der Type, der da hinten steht. Und natürlich die FVs, wo wir nicht wissen, wo sie sind. Ja, dann komme ich wieder vor. Bin jetzt auch wieder voll. Ja, mittlerweile bin ich auch wieder voll. Leu. Ja, die Art, die blind, ne? Also vermutlich einfach so, weil ich es kann. Weil ich denke, hier stehen eh noch alle rum. Der Stritzwagen steht mir tatsächlich ein bisschen im Weg. Das war eine 500er Kelle von der... Oh, hallo. Wieso geht der wieder zu? Gute Frage. Nächste Frage. Das sind drei, das sind noch drei Trollpaar. Also plus, eigentlich plus den Type, vier. Ja, der LT steht, ist halt wirklich kacke. Da, ich habe da was gesehen, glaube ich. Schon. Ich sehe das raus. Ich bin es mal irrsinnig. Na, ich auch. Äh, da kann man ja gar nicht... Nee, haha. Wie hatten das der LT gemacht? Ah, der ist reingefahren, ja. Du musst aber zum rausfahren hintenrum, ja. Super. Ja, das ist aber auch einseitig, ganz im Ernst. Das heißt, wir können von der Stelle aus gar nicht angreifen. Ich muss oben rumfahren. Interessant. Ich fahre jetzt da vorne, die nächste Stelle, wo der T-62a vermutlich war. Hoffe jetzt hier auf meine Tarnung. Ich habe auf jeden Fall den Typen da aufgemacht, glaube ich. Ja, nee, damit hatte ich nichts zu tun. Das war der TN-Hund-LT. Nö, aber so als Sportpanzer, Unterstützungspanzer, tut der schon seinen Job. Bin ich eigentlich ganz zufrieden gerade gewesen. Ui. Aber die Runde ist teuer, ne? Also in dem Moment, wo wir angefangen mit Heat rumzuballern, ist es teuer geworden, ne? Ja, aber das war sie halt vorher auch schon. Das ist halt ein Zehner. Der wird nicht günstig. Nee. Ich habe den jetzt auch mit Premium-Verbrauchskinder gefahren, einfach mal zu gucken, wie es anfühlt. Ich habe einen Speer bekommen. Was? Okay, du hast aber auch eine Menge Schaden gemacht. Ich habe halt 3000 Unterstützungspunkte gemacht. Aber warum kriegst du nicht den Speer? Warum bekomme ich den? Ich bekomme den Spotter. Ich bekomme die Auszeichnung Spotter und habe gerade mal 1100... Hä? Warte mal, es steht in der Klärung. Waren sie gegnerische Fahrzeuge auf und ermöglichen sie ihren Verbündeten so 1000 Schadenspunkte in einem Gefecht zu verursachen. Gesundheit. Danke. Ach nee, ich habe ihn auch gekriegt. Entschuldigung, den Speer habe ich auch gekriegt. Okay, gut, gut, gut. Habe ich bloß nicht drauf geachtet. Wie dem auch sei. Ja, hat damit funktioniert. Ich habe damit sogar Plus gemacht, interessanterweise, weil ich gar nicht so viel geschossen habe. Willst du noch eine? Ja, ich habe sonst nur eine. Wieso? Wir haben noch die LHLUF-Runde. Ach so, stimmt. Nee, dann brauchen wir keine mehr. Hast recht. Ich habe die LHLUF-Runde völlig vergessen. Ja gut, meine lieben Freunde. Das bedeutet jetzt, der Way to Tier 10 mit den Italienern ist zu einem Ende gekommen. Joa, was ist unsere Meinung zu dem Fahrzeug? Es ist halt ein 10er. Er ist ein bisschen besser als der Standard B. In einigen Punkten, in anderen Punkten ist er ein bisschen weirder. Vor allem, weil er halt einen Grad Gun Depression verliert. Ich denke, der Panzer ist sicherlich in den richtigen Händen ein mordsgefährliches Teil. Aber man muss halt wirklich sagen, du brauchst halt diesen typischen Skill mit schnellen, leicht gepanzerten Fahrzeugen spielen zu können. Für Anfänger eher nicht geeignet. Aber Anfänger schaffen es auch in der Regel nicht so schnell auf Tier 10. Ja, was man gesehen hat, gerade in der letzten Runde jetzt, dass man wirklich mit diesem Reload, mit der Reload-Mechanik umzugehen wissen sollte zu tun. Also ihr wisst, was ich meine. Also man muss sich mit der Nachleid-Mechanik auf jeden Fall auseinandersetzen. Und das, was wir hier gerade gemacht haben, diese Einzelschusstaktik auf die Maus, auf den Type 5 und was da noch alles stand, das war alles andere als optimal, möchte ich mal sagen. Und wir haben im Grunde nur dort überlebt, weil der Stritzwagen noch da war und weil zum Beispiel der IS-7, als der, war das ein E4 oder E3, vorgedrückt ist, dann quasi in die Seite gefahren wurde. Und ich merke gerade, ich habe das Ding gerade nur mit zwei Modulen gespielt. G, G, oh Herr. Heute ist wirklich Tag des Fels. Ja, aber nicht nur bei dir. Na gut, meine lieben Freunde, dann sage ich auf jeden Fall vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit über die ganzen Wochen. Wir sehen uns in der Zukunft wieder. Vielleicht gibt es auch nochmal einen Way2T10, das werden wir sehen. Es gibt ja auch schon Fragen Richtung Polen. Aber dazu äußern wir uns jetzt schlicht und ergreifend nicht. Das ist auch eine Zeitfrage, ob wir beide Zeit dazu haben. Das ist halt der Punkt. Ja. In dem Sinne, macht's gut. Tschüss.